Ich gehe jetzt mal ein bisschen spazieren mit euch und sag mal, ich bin ja sehr wackelig auf den Beinen. Ich denke mal, nicht auf den Beinen, sondern mit der ganzen Kamera hier. Ach, hat sich nur so angehört. Ich wollte einfach mal euch zeigen, oder, äh, oh, da ist doch einer. Ich drücke mal eine Pause.